aus nachher bitte wahrscheinlich nur einen grünen rausschießen wenn wir pech haben aber scheißegal wir gehen da noch mal rein das gilt ist mir egal es geht nur um schaffen und dann kriegen wir ordentlich ordentlich kiste das kriegen wir schon hin und let's go leute das brauche jetzt gar nicht mehr hier ich hoffe mal so ich hab mal den scheiß da ist gleich der anleute da brauche ich nichts mehr verwenden alles nach plan nehmen wir sogar noch einen zweiten aber wie gesagt das ist gar nicht mehr nötig so gleich signet er das zeitliche seine überlebenschancen sind gering geradezu nicht vorhanden und tschüss wo um geht's naja drei anläufe ist egal aber nicht so schlimm wir haben es geschafft und wir kriegen sechs kisten ja baby also wenn sie das nicht rentiert hat dann weiß ich's auch nicht nice one schöne sache das ist wirklich eine geile sache so und jetzt werden wir kurz einmal hier kassieren zack boom bäsch so dann gehen wir in die erste seite und ich schau mal wie es dort ausschaut ich glaube mit dem boss haben wir da ein bisschen ein problem weil dieser blöde stein auf so einem schweren feld ist kontest territory normal okay so dann gehen wir hier auch mal ein bisschen geld einstrafen ähm boss was haben wir hier rewards auch neuner glaube ich ne neuner neuner haben wir noch nicht geschafft den neuner ne ich glaube wir sind nämlich hier auch beim neuner aber das da ist ein bisschen zu hart das werden wir nicht hin kriegen das ist problem gut dann würde ich sagen wir machen die kisten auf und eins zwei drei vier sieben kisten haben wir das ist eine scheiß kiste 3 10er das ist wirklich eine saukiste die war scheiße nächste kiste kiste nummer zwei eins zwei drei vier so lala kiste sag ich mal so kiste nummer drei haben wir jetzt was geiles endlich und 1 2 3 und 80 für den sniper naja es geht jetzt schon langsam voran hier das ist halt das 1 2 3 4 oh es geht so 2 mein indian manke und einmal den manke taikon so kiste nummer 5 1 2 3 4 aber so ne richtige super kiste haben wir auch noch neuner kriegt eigentlich nur ich sag mal käs wer bis jetzt standard sachen nix besonderes 1 2 3 4 wieder so ne lala kiste aber ich sag mal besser wie nix irgendwie muss man ja vorwärts kommen kiste nummer 7 7 kisten jetzt aber keine einzige war wirklich super aber die ist auch ne scheiß kiste wir haben auch pech gehabt wirklich pech muss man sagen so ne richtige burner kiste net das werden wir nicht schaffen hier ich wüsste nicht wie das problem ist weil ich eben keine äh farm haben kann ne mir fehlt das geld dazu scheiße ich könnte bluestones verwenden ne dann kriegen wir nur kisten machen wir das versuchen wir's das wird sehr sehr schwierig werden Leute ich hab keine ahnung wie wir das schaffen sollen dann müssen wir gucken also machen wir hier zwei hin das kann man machen dann werden wir hier zwei hin die werden wir auch klare upgraden auf der rechten seite so einen zweiten dann hier genauso das wird didaktik sein und wir nehmen eine spec factory aber dazu brauchen wir kohle also let's go coole incoming so also im moment sind wir aus dem schneider aber das wird natürlich noch viel schwieriger so jetzt können wir mal geld sammeln ich werde mit denen noch ein bisschen arbeiten hier vielleicht sollte man auch so ein S-Tor nehmen das ist so eine Sache wenn ich hier ein S-Tor nehme ist auch noch ein Z-Tor und jetzt ja machen wir mal Spikes härtere Spikes hier können wir einen zweiten machen beziehungsweise wir könnten die da mal upgraden das machen wir das ist eine Idee so jetzt müssen wir eh wieder geld sammeln im moment stehen wir ja ganz gut da aber die frage ist halt wie lange bleibt das beziehungsweise eventuell könnte man das sogar ein Dorf dahin dass die ordentlich Gas geben ja das mache ich auch weil dann kommen wir die Upgrades günstiger das ist eine Idee jawohl Leute das war eine Idee und vor allem die geben dann mehr Gas wenn wir die ordentlich upgraden was ich jetzt nicht gemacht habe der soll auf den stärksten gehen und der soll auf den stärksten gehen das wäre schon wichtig so dann mehr Range jetzt können die da oben auch mitmischen mehr Power und so weiter das hilft auf jeden Fall Kamon Flag Upgrade kriegen sie auch gleich so und jetzt müssen wir aufpassen jetzt kommen bald Keramics oh bald wir sind schon da Scheiße nachlegen ja schon wieder es ist nicht schaffbar es ist unmöglich Scheiß drauf 10 Blue Stones für den Arsch das geht mir richtig am Piss fuck off schiebt euch diesen Blue Stone hier in den Arsch äh diesen blöden Stein da sonst wo ich nicht Scheiße auf den Boss leider können wir es nicht machen wir müssen den Dreckspicken hier machen also Scheiß drauf in den Arsch schieben das ist mal zu blöde so was haben wir hier schauen wir mal hier machen wir wieder ein paar Plustones jetzt habe ich leider die verschissen von vorher das ist ein Kacke ein dreckiger so dann machen wir hier auf Hardcore und werden 10 Blue Stones kassieren so wir können den nehmen mit Schiffe und Speck Factory werden wir uns hier durch burschteln nehmen wir den hier so und auch eine Banane Farm dann nehmen wir zwei zack boom bang 19 Waves let's go war worscht i said you can't serve the gave my spirit cuz i'm the king on my own throne my own throne king on throne my own throne So, jetzt werden wir gleich abqueren hier, sobald wir die Kohle haben, und wir haben sie. So, jetzt wirst du eigentlich noch ein bisschen hängen, ich würde nur gerne in die zweite Farm schnell hinsetzen, und dann machen wir Tower-technisch weiter, so, machen wir drei Farmen insgesamt, dass da ein bisschen Platz, dass dir das ausgeht. Minimum Upgrade, so, und jetzt machen wir hier einen neuen Tower, einen Boomerang, vor allem gegen Stahlbluns, soll der reinhauen, jetzt muss man eh schon nachlegen, sag ich mal, das wird sonst nichts, ne, geht sich aus, sehr schön, so, da ist der Boomerang Tower. Bisschen Upgrade. So, jetzt geht das ein bisschen leichter wieder. Diese Kohle brauchen wir. Hauptsächlich werde ich die Schiffe nehmen, weil die sind einfach, ja, die haben eine ordentliche Wumms, eine ordentliche Power. Also, das wird auf jeden Fall mein Favorit sein. So, das setzen wir dann gleich das erste hin, sobald wir Geld haben. Aber das sind halt nicht gegen Stahlbluns und so, aber egal, das macht ja der Boomerang. Oh. So, muss man ein bisschen nachlegen. So, da haben wir das erste Schiff. Und Upgrades gibt's auch gleich. Ja, dieser Fünferschuss ist jetzt nicht geil. Bei Blooms Tower Defense 5 ist das ein Dreierschuss. Hier ist sogar ein Fünfer. Ja, der trifft immer irgendwas. Und so eine fette Kanone, die hat natürlich auch was, ne. Also, das hat schon Sinn. So, dann können wir die dritte Farn bauen. Geht sich gerade schön aus. Wave 8 von 19 haben wir auch. Kommt ein bisschen heiß, aber okay. So, wunderbar, haut es hin. Jetzt machen wir die Spike Factory ein bisschen auf vor dem Mann. Haben wir fetteres bei extra, dass wir sowas tauchen. Dann nehmen wir ein zweites Shift danach. Gegen Keramik sind halt diese Dicken Spikes schon nicht schlecht. Das werden wir aushalten, oder? Ja. Geht sich aus. Sehr schön. So, haben wir die Dicken. Sehr schön. Oh Gott, gut, 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 gut. Das müssen wir nachlegen. Aber wir haben es noch mal verhindert. Das war jetzt schon sehr knapp. Wir brauchen hier mehr Schiffe noch. Oh, das war knapp vorher, Leute. So. Ja, das ist das, weil der da noch nicht geupgradet ist. Das habe ich vergessen, aber jetzt. Jetzt läuft es besser. So, weitere Schiffe. So, noch ein Schiff. Wir müssen nachlegen. Knappe Sache, aber es hat hinkaut. Wir nehmen eine zweite Factory hier. Setze ich leider neben. Hier ist eine Spike Party. Eine Spike Factory Party. So, dann machen wir noch ein paar Schiffchen. So, die kann man jetzt verkaufen hier. Das brauchen wir nicht mehr. Und dann bauen wir noch ein drittes Spike Factory. So, das war es dann. Ich sage mal, gewonnen. Da wird jetzt nichts mehr tragisches sein. Das letzte Schiff brauchen wir auch noch. Und drei voll ausgebautes Backfactory. Und drei voll ausgebautes Backfactory. mit dem Fall ist, das macht das schon. Ja. Und das ist, was wir jetzt machen. Ja. Ja, das ist ja auch. Das ist ein ganz einfaches Backfactory. Ja, das ist ein ganz einfaches Backfactory. So, das müssen wir später ausbauen, ich brauche hier unbedingt... Wir machen wieder mal einen Cut, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe, tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.